Es ist wichtig, dass man jemanden findet, der die Kompetenz hat, um letztendlich das Geschäftsmodell, vielleicht auch die ein oder anderen technologischen Aspekte wirklich zu verstehen. Also immer die Kombination aus finanzieller Unterstützung und zusätzlichem Netzwerk. Ascon Systems bei Stuttgart. Die Gründer Matthias Stach, Alexander von Klein und Michael Gensler, verbinden mit ihrer Software die reale Industriewelt mit der digitalen. Das Besondere ist, dass wir eine IT-Lösung, eine Softwarelösung anbieten, die auf der einen Seite in der Lage ist, Massendaten von Anlagen, Maschinen oder ganzen Fertigungslinien abzunehmen. Wir reichern diese Daten dann an, um das physische Verhalten von der Anlage oder von einer ganzen Fertigungslinie. Mit ihren Daten weiß ein Unternehmen schon vorher, ob Logistik und Produktion reibungslos laufen. Das spart Zeit, Ressourcen und Kosten. Wichtig für den Erfolg der Gründer, ein Netzwerk, über das sie mit ihrer Idee neue Kunden erreichen können. Die Herausforderung bei der Gründung von so einem jungen Unternehmen ist, dass wir alle eine tolle Idee haben, die wir gerne in den Markt bringen würden. Aber das hilft uns alles nichts, wenn wir es nicht schaffen, das Netzwerk aufzubauen, das wir brauchen, um an Kontakte anzukommen. Und genau dabei hat uns die BW-Bank gerade am Anfang unheimlich gut geholfen. Die Zusammenarbeit mit der BW-Bank, die empfinden wir als partnerschaftlich, professionell und auf Augenhöhe.